Es geht im Prinzip bei der Übung vor allem um Kommunikation und Koordination sowie Ballkontrolle. Die Mädels sollen mit drei spielen, spielen dabei gleichzeitig mit zwei Bällen, sollen auch versuchen, dass jeder von den Bällen dreimal gespielt wird. Wenn ein Ball zum Fehler wird, kann eine Spielerin den schnell wieder ins Spiel bringen. Und wenn sie es aber nicht schaffen, derweil den anderen Ball im Spiel zu halten, dann machen alle eine Zusatzaufgabe, wie jetzt zum Beispiel gerade zwei Liegestütze. Ich stelle den Ball hier rausholen, gut, reden, 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 weiter, weiter, weiter. Sag ihr was, wenn du sie anspielst? Okay, jetzt ist er weg. Nee, jetzt sind beide weg. Gut. 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 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Untertitelung des ZDF, 2020